Ich grüße euch liebe Dampfer, Dampferinnen, alle die es mal werden wollen. Ich stelle euch heute ein neues Aroma vor und zwar wieder aus der Vapors Liquid Club Box. So sieht die ganze aus. Ein Mix designtechnisch, wenn ihr mich fragt, aus South Park und Fruchtzwerge ist hier so eine Box. Kostet 20 Euro, gibt es mit Aromen, wo ihr dann 5 Stück drin habt, gibt es mit Liquid, ohne und auch mit Nikotin. Sind dann so eine 10ml Fläschchen, ganze kostet 20 Euro im Monat und ihr kriegt dann eine so eine Box im Monat zugeschickt. Am meisten lohnt sich das eigentlich für die Leute, die auf Aromen stehen, aber auch bei Liquids, wenn ihr das kauft, könnt ihr dann quasi bei denen im Shop quasi die große Variante kaufen. So müsst ihr nicht immer das volle Geld für dieses Liquid oder Aroma ausgeben und wisst dann von vornherein, okay, das schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ihr könnt das nachbestellen und da ist irgendwie so eine künstliche Intelligenz, die dir dann sagt, wenn du das und das gekauft hast, das und das bestellt, so und so bewertet, kannst auch bewerten hier, das hast du schon getestet, das hat dir geschmeckt, auf was stehst du prinzipiell. Und mit der Zeit wird dieses System immer genauer und soll im Endeffekt dafür sorgen, dass du nur noch Liquids zu Hause hast, die dir schmecken. Genau, das ist die Box, wenn du die aufmachst, hier sind 5 Aromen mit drinne, finde ich halt für einen Preis von 20 Euro ziemlich gut vorgestellt. Habe ich euch schon das Lemon Tea Cat, also Zitronenkuchen und dieses von Players Club, das Tres Leches, also dreifache Milch. Die beiden werde ich euch hier oben jetzt nach und nach verlinken und dann kommen wir jetzt zu dem Chapter 4 von Vaping Flavor. Das ist dieses hier, genau. Zeige ich euch auch mal rein. Ist das erste Aroma, was ich von diesem Hersteller habe. Kommt sonst im Long Fill für 8,90 Euro und hier halt in dieser 20 Euro Box mit drinne. Er wird beschrieben als Kaktusfeige beißt irgendwie Kühle und Limette. Also Kühle habt ihr mit drin, Limette und Feige. Was man ganz klar sagen muss, ihr habt eine extreme, extreme Kühle, die auf jeden Fall im Vordergrund steht. Wird abgewechselt durch eine Feige, die sehr, sehr gut schmeckt, schön sanft ist, was fruchtig, exotisches mit reinbringt. Und die Limette ist dezent im Hintergrund. Für welche Leute ist das geeignet? Für Leute, die sagen, okay, Kühle mag ich und das soll was fruchtiges sein. Weil die Feige finde ich ziemlich gut getroffen. Aber für Leute, die keine Kühle mögen, für die ist das überhaupt nichts. Limette ist nur sehr, sehr dezent. Also man hat so, man hat keinen Zitrone-Limette-Mix, sondern eine leichte Limette, die so im Abgang mitkommt. Aber was ganz präsent ist, Kühle, Feige auch sehr präsent mit drin, aber hinter der Kühle und dann die Limette nur noch so leicht im Abruhlen, im Abgang. Ist ein Aroma, was mir ziemlich gut schmeckt. Ich habe 10 Milliliter quasi hier reingemacht, also die ganze Flasche und habe das einfach hier mit 70-30 Base aufgefüllt. Reifezeit, würde ich sagen, ist quasi gar nicht vorhanden, könnt ihr sofort loslegen, halt gut schütteln, so 5-10 Minuten und dann könnt ihr damit loslegen. Könnt ihr sogar auf 120 Milliliter strecken, weil wird angegeben zwischen 8 und 10 Prozent. Ich hatte schon ewig kein Liquid mit Kühle mehr, das gefällt mir, obwohl ich eigentlich auch sonst nicht so der kühle Freund bin. Ist halt auch eher so ein Aroma, was du den ganzen Tag dampfen kannst, wenn du auf Kühle stehst, weil halt diese Süße einfach nicht übertrieben ist. Die Feinnote finde ich sehr natürlich getroffen, also ist nicht so, dass ihr extrem Künstliches drinne habt. Ist eigentlich ein Aroma, was mich überzeugt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, schreibt mal in die Kommentare unten rein, falls ihr das selber getestet habt, dann könnt ihr da ein kleines Feedback geben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Die letzten Beine hier in dieser Box werden wir in den nächsten Tagen testen. Seid ihr gespannt, da ist auch noch eins von Baping Flavor mit drinne. Das war's, viel Spaß euch noch und räumt heute mal die Küche auf. Ja, bis dahin. Ja, bis dahin. Sch edition wird. Ja, bis dann nicht. Ja, bis jetzt.